Ja, hallo und herzlich willkommen! Ich wünsche all denjenigen ein frohes neues Jahr auch nochmal und begrüße euch hier recht herzlich bei Death Stranding. Ich bin eure Rock Lady, eure Miri und dieses Spiel begleitet uns jetzt schon eine ganze Weile. Beim letzten Mal haben wir einen Versuch gestartet und zwar wollten wir Teile abholen, die wir da bei dem Händler holen sollten. Hinter den Bergen, bei denen sie... Nein, 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 da ganz hinten. Mit meinem Schrottplatz. Das Problem, unser Baby war Antitoxine. Ich weiß gar nicht, warum jetzt hier gespeichert wurde. Da ist unser Alterbehälter hier. Auf der Reparaturspray. Wir müssen jetzt mal ganz schnell da hinten hin. Wir waren Einschränkung aufgehoben. Also nicht BB beruhigen. BB beruhigen, weil sonst ist das Spiel, glaube ich, vorbei. Und, äh, da wollen wir ja nicht. Also gehen wir ganz, ganz schnell mal eben zu der Station. So, dann doch mal hier rauf. So, da müssen wir hin. Weil hier ist auch eine kleine Fahrt, die wird nochmal hier nicht drin. So. Weil dann sind wir auch wieder in, äh, in unserem Bereich. Nur leider kann ich hier kein Auto oder kein Fahrzeug nehmen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das hatten wir eigentlich beim letzten Mal schon gemacht, aber wir machen es nochmal. Keine Arbeit nicht. Irgendwie ist ganz schwarz. Das ist nicht gut, ganz schlecht, ganz schlecht. So. So. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. In meinem Spind, okay. So, dann gehen wir jetzt mal zur Toilette. Und werden mal ein paar Granaten herstellen. Voll lustig. Cool. so bb geht es wieder gut so wie ich gesehen habe bb wird wieder beruhigt das heißt ja wie sieht es wieder gut aus jetzt möchte ich mal eben was dieser fritz als sprung ist möchte ich mal gerne wissen was das bedeutet ach guck mal ach da kann ich dann in die in die bereiche springen das ist ja cool da haben wir ja ein weniger ja das ist natürlich da können wir natürlich dann auch noch andere missionen machen klar das ist natürlich das wusste ich gar nicht dass man da ja ich meine stand da erwarten die freige sprung aber ich möchte trotzdem die mission erstmals ende machen irgendwie haben keine anderen granaten ist natürlich blöd können das nur angucken was ist denn mit unserem tisch was ist mit unserem trinken müssen wir da jetzt was trinken erst mal weg damit oh ja wir müssen einiges kriegen wir sind ziemlich haben wenig ausdauer der uns jetzt gleich wieder alles in die kamera schmeißt letzte mal habe ich mich ja so erschrocken aber einer geht noch und vielleicht noch so ein würmchen so ein komischen äh voll kaffee also wirklich so genug warte mal moment den wurm den wurm können wir wir können er freut sich immer so wenn er so ein würmchen kriegt schwebende wurm ja komm hau mal richtig zu nimm alle drei ja komm rein damit mhm ist der kopf und der Rest ach Gott ja muss wie eigelb schmecken wenn man das runter schluckt verdaut okay wie lange wird er denn verdaut okay hat er verdaut ja dann werden wir in den privaten raum mal verlassen und auch mal verlassen ja dann muss ich sagen So wie früher. Na los, weiter. Lisa. Tut mir leid. Habe ich dich geweckt. Heute ist Mamas Geburtstag. Oh, eine traurige Geschichte steckt dahinter. Aber ist das jetzt ein Kundenzahler? Keine Ahnung. Oder guck, Baby. So, Freunde. Jetzt sind wir hier und müssen da wieder hin. Darüber brauchen wir eigentlich nicht. Ich bin mal eben. Wir bräuchten eigentlich Granaten. Wir bräuchten Sachen. Und hier in dem Bereich müssen wir noch Sachen finden. Dann haben wir noch keine 60 Kilo eingesammelt. Da sind so viele. Und ich habe gar kein Zeug. Wir haben immer unsere Klamotten an. Nee, sind schon alle... Ah. Ich frage mich gerade... Der hinten ist doch ein... Ja, aber der ist... Der ist, glaube ich, unserem Ding ins Beigetreten. Aber noch nicht komplett. So wie der andere auch. Na, ist das gut. Ach, guck mal, da ist ein Unterstand. Die Frage ist... Ist das auf dem Weg? Nee, nee, da müssen wir leider nicht hin. Leider müssen wir da nicht hin. Ach Gott. Da habe ich jetzt eine Mission ausgewählt. Ich würde gerne zurück, aber ich hasse es. Unerledigte Dinge. Da müssen wir hier, äh, nicht haben. Ja. Obwohl wir da sterben jetzt, oder wir wissen nicht. Besser spielt ja mit uns ein bisschen Gennadie. Wir lässt uns da aber den Unterstand können wir da nicht bauen. Das ist auf einem einfachen Grund, weil wir da keine... Oh, die Sachen sehen aus. Weil wir da nicht im Netzwerk sind, beziehungsweise, äh, keine UCA und Waffen. Die kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn wir das abgeschlossen haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, also abgeholt die Werke. Und die Bolagan, oder wie sie heißt, die hat ja... Die hat ja überhaupt keine Funktion, habe ich ja letztes Mal festgestellt, ne. Eieieieieieieiei. Also, also, was soll das? Ach so. Scheiße. Das ist ja ein Mist. Ich neige, müssten wir da so einen Unterstand bauen. Ich meine, wir haben so einen Unterstand, aber der bringt uns nicht viel. Oder ich fange an, von unten die ganze Sache ran zu gehen. Ich weiß es nicht. Im Moment sieht es ja schön aus, aber ist die Frage, wie lange man... Wenn ich von hinten rangehe an diese ganze, äh, gewöhnter Sitter, da ist schon cool. Das kann doch das Ziel sein. Diese Stiefel müssen wir auch einfach an. Ah, ich hab's geahnt. Sobald wir uns dem Bereich nähern, das ist also ein Hauptgegner, sozusagen. Ich werde ja mal... Wir hatten ja letztes Mal schon relativ viel eingesammelt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir schnellstmöglich darunter kommen. Ah, sobald wir hier... Zeit bringen, was ist das? Wir können ja mal die speziellen Regierungen noch versuchen mitzunehmen, aber sobald wir hier reinkommen, werden die wahrscheinlich uns ärgern. Oder müssen halt immer auf dem erhöhten Bereich bleiben. Wir haben auch auf dem erhöhten Bereich... Ah, ne, der ist dahinter, ne? Wenn die... Den hat kommen, da die... Oh, ja, gleich. So was von Klamotten-mäßig kaputt. Klar, ich hätte jetzt noch einen Sprung machen können, uns aufrüsten können, aber letztendlich, äh... Sag, ist der Finger da hinten, oder? Ne, hier. Oh, ja, das ist natürlich hier, ist ja klar. Das ist okay, nein, das ist okay. Ich hoffe, dass nichts passiert. Kann ich dir auch holen, aber ich sage, ich hoffe, dass... Nein, nein! Was wirst du das hier machen? Wenn man mal eigentlich ja gar nichts mehr nehmen kann. Oh Gott. Nein, wir sind noch die anderen Legierungen, die wir auch brauchen. Wo ist denn jetzt die Brücke? Da sind so viele, ne? Immer schön langsam. Das sieht ja hier eigentlich aus, wenn wir hier von dem Zeitwegen ein bisschen verschont. Wie sind die da alle da drüben? Aber hinter uns. Aber da vorne sind auch welche vor uns. Wir sind zum Problemen. Das ist ein... Was denn? Ach, du egal. Wir da sind zu teilen. Zwei Stück noch. Drei. Ach, du heiliger Schroh. Das ist da auch noch. Aber das ist alles in Verdacht. Wenn man so will. Mama. Oder da hinten. Das ist nicht so gut. Das ist schön. So langsam. Wir haben keine Waffen. Wir können uns hier nur... durchschleifen. 40 Meter ist ja eigentlich die Welt bei oben, mit dem Teil drinnen. Das Problem ist, dass das erhalten bleiben. So, hier haben wir schon noch einen Teil wieder. Und natürlich kommen dann die Teile. Oh, habe ich... Ach, ich brauche nur noch das Teil. Okay. Theoretisch können wir die dann abschließen. Oha. Ei, 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 ne, 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 ne. So, das sieht zwar nicht sehr schön aus, aber auf keinen Zweck. Dann komme ich immer wieder lang. Versuche es zumindest. Ich gehe einmal zurück und dann hoffe ich, dass wir das Teil dadurch kriegen. Ohne Probleme. Kein Spree, wir haben nichts. Verdammt. Verdammt. Oh, das ist mir weiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da haben wir ja so gerade eben mal noch geschafft, vorbei zu gehen. Aber wir sind noch nicht durch, da kommt noch was. Mal die Richtung gucken, wo wir hin müssen. Ach du Schöne von 2. Ist das eine Richtung, wo wir lang müssen? Ja. Alter! Ah verdammt! Weg hier! Weg hier! Ich will keinen Ort! Oh nein! Nein, nein, nein! Ich habe doch abgeschüttelt! Abgeschüttelt, Leute! Jetzt kommt wieder der Heiz. Die ganzen Sachen sind weg, oder was ist denn hier los? Oh nein! Wieder so. Ups! Ich habe keine Granaten gegen ihn! Was ist jetzt los? Ja, super! Gott, ey! Wo soll ich denn dann schaffen von Granaten, ey, Leute! Also da hat er den Schwierigkeiten gerade aber ein bisschen zu schwer gemacht. Ich habe keine Granaten. Ich habe keine Blutgranaten. Ich habe gar nichts. Also das war ja jetzt, äh, warum? Eine Rauchgranate aber nicht. Ja, super! Ja, super! Material zerstört, alles zerstört! Na toll! Ja, dann ist ja alles sehr schön, wenn man sich hier nicht wehren kann. Tja, ne? Ah, komm her, ey! Was soll ich denn hier werden? Isterbe doch hier! Isterbe doch hier ohne Ende, ey! Woa, guckt euch das mal an! Das ist doch gar nicht, lass mal meine Sachen mit zurückkriegen, alle. Quatsch. Ja, das geht ja jetzt nicht. Alle, einfach aufhören, wenn ich nicht alles. So. Oh Mann. Tut mir leid, ich hätte gerne jetzt noch einen, äh, schönen Kampf euch gezeichnet, dieses Teilchen, aber ich habe keine Waffen, ich habe gar nichts, ich habe keine Blutgranaten, äh, ich kann mich gar nicht, äh, das heißt. Na bitte. Ja, aber ich kann mich ja gar nicht mehr. Das ist ja der Wiss dabei, was ich hier, wahrscheinlich wenigstens. Äh, der Falsche, nicht nur. Oh, was ist das denn? Oh, der ist ja schon nicht, der ist ja schon nicht klar, oder was? Ey, der Schmutzkler müsste doch hier vorne sein, ne? Ja. Oh, unsere Sachen sehen richtig toll aus. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir dann auch erstmal einen Rutsch machen. Oh, unsere Schuhe. Wir müssen auf jeden Fall erstmal mit fragile einen Sprung machen. Weil so können wir ja nicht weiterarbeiten. Mensch, ärgerlich. Ich hätte gerne das Teil, äh, bekämpft. Aber ohne Blutgranaten, ohne alles? Keine Chance. Da war ja nichts. Ja, 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 ja. Das geht uns jetzt ja auch noch. Die B ist sowieso schon, äh, schlecht drauf. Da ist ja auch noch vielleicht gebracht. Das ist aber schwer. Aber wir haben den, vielleicht geht er ja jetzt ins OCA und dann, äh, wenn wir, äh, da auch was herstellen. Und wenn ich so die Teile auf unserem Rücken sehe. Oh Gott, was ist das denn? Du wirst recht nicht für ein Petriner. Mäh! Oh Mann, ey. Das ist ärgerlich, wirklich. Oh je, wo bin ich denn diesmal lang gelaufen? Das war schon schön. Ja, fast. Aber der Weg, den ich vorhin gegangen bin, aber viel, viel besser. So, unser Skelett hält ruhig. Na, wir müssen auch wieder einmal unsere E-Mails durchchecken. Ausflug zu den heißen Böllen. Ja, ich hätte hier auf dem Weg welche gesehen. Wenn dann unsere Kiste noch einigermaßen erhalten ist, dann machen wir vielleicht den Zwang ab. Das ist doch Schluss. Nach dem Rücken. Vielen Dank. Wie sie aussehen, wie ich aussehe. Oh Gott, tut's mir, dass wir ja auch erstmal frisch machen. Dann werde ich geniehen. Gibt's ja gar nicht. Und die Böse aus Schwarz, ja. Gute Art. Und jetzt? Das war's? Ich kann ja mal die Schultern massieren. Wir können auch mal einen Moment schlafen. Oder? Geht auch so, ne? Ja, der Schlaf ist das Wichtigste. Ja, man darf ihn nicht unterschätzen. Nur noch ein bisschen. Ja, und ich weiß gar nicht, ob wir die Mission jetzt abgeschlossen haben. Aber, das werden wir dann beim nächsten Mal rausfinden. Bis dahin erstmal ciao. Ja, tut weh.